Aber guck mal, das kann nicht wahr sein, ne? Das kann für mich nicht wahr sein. Jetzt sieht man den komplett, ey, guck mal, wie toll, ne? Echt toll, echt super. Jetzt habe ich die vier Fotos gemacht. Und jetzt sieht man den komplett, ey, der Witz war gut, aber echt. Jetzt zieh die Jacke an. Ich dachte, ich dürfte mir wünschen, dass du mit auf den Balkon rauskommen sollst. Wir müssen jetzt bewerten, bis der Himmel richtig komplett rot wird. Das ist aber auch ganz schwach rot, der Himmel. Der Witz war gut. Komm, habe ich die Videokamera, den Videorekorder angemacht, ist der Mond jetzt komplett zu sehen. Der Halbmond, was es ist. Das ist ein abnehmer Halbmond, ist das. Das ist ein abnehmer Halbmond. Komm, habe ich jetzt den Videorekorder, die Videokamera angemacht, ist dieser abnehmbare Halbmond, dieser abgenommener Halbmond komplett zu sehen. Der Witz war gut, echt, ey. Es wird ja wieder schwach, er bin in dem scheiß Schleierwolken. Das habe ich jetzt kaum gesehen. Du musst jetzt zweiseitig aufpassen, wegen dem Moorbrot und wegen dem Mond, ne? Ja. Du musst jetzt zweiseitig aufpassen, das ist richtig schwer. Ja, jetzt habe ich den komplett verschwommen drauf. Das kann ich was. Doch, jetzt geht's. Und bei der Morgenddämmerung, da kannst du den Mond besser drauf erkennen, in den Videos zu den Aufnahmen, als wir bei nachts und abends, oder abends, wenn es komplett dunkel ist, oder nachts, wenn es komplett dunkel und dunkel und nachts, als wir beim abends, wenn es komplett dunkel und dunkel und dunkel ist, oder als es komplett dunkel und dunkel und dunkel wird, oder nachts, oder nachts, zum Beispiel nachts, wenn es da komplett dunkel und finster wird, ne? Weil abends, wenn es komplett dunkel und finster wird, und nachts, wenn es komplett dunkel und finster wird, da kannst du den Mond so gut wie gar nicht drauf erkennen. Da kannst du den Mond auf den Videos, auf den Fotos, auf die Filme, auf die Bilder, auf den Aufnahmen so gut wie gar nicht drauf erkennen. Nur bei der Morgenddämmerung kannst du den Mond richtig gut drauf erkennen, und bei der Abenddämmerung kannst du den Mond richtig gut drauf erkennen. Bei den bunten Abendhobits und bei den bunten Morgenhobits. alles beim boden morgen bei dem bunden morgen also bei einem guten morgen kannst du diesen mund richtig drauf gut erkennen dann morgen boten hobbit zum rocken dümmerung kannst du den mond jetzt kannst du diesen mond richtig drauf gut erkennen beim morgen beim morgenbote hobbit zum brunten hobbit zum morgen dämmerung beim abend hobbit sonn beim bunten abend hobbit sonn beim motor ist ein aber amt da kannst du die munde richtig gut drauf erkennen bei den aufnahmen videos fotos bilder und filmen verstehst du das aber der himmel wird ein bisschen mehr rot aber leider muss ich die auf damit da muss ich das jetzt senkrecht lassen senkrecht die aufgabe wegen dem mond da oben man kommst du mal bitte raus schnell war das jetzt mit gewesen dass es so kalt ist draußen weil es jetzt mit von dir gewesen dass ich mal auf den balkon raus gehen möchte weil es zu kalt ist weil das jetzt von dir wird spaß gewesen dass niemand auf den balkon raus gehen möchte soll es zu kalt ist war das spaß von dir gewesen obwohl du doch auf den balkon raus gehst mir zusammen angucken tust oder wirklichkeit doch auf dem balkon raus gehst mir zusammen angucken tust pema oder wirklichkeit auf dem balkon raus gehst mir zusammen das angucken tust war es von spaß gewesen was du beim diamond painting gesagt hat ist ich gehe nicht mehr raus es ist zu kalt Ich will nicht mehr auf den Balkon rausgehen, es ist einfach zu kalt, ich gehe mir auf den Balkon raus, es ist einfach zu kalt. Ja, das war Spaß. Ich muss mich jetzt konzentrieren, der Mut ist wieder verschwommen drauf zu sehen auf dem Handy. So, jetzt wird das Bild wieder umscharf. Ja, typisch, ey, eins, zwei, drei, vier, fünf, beeil dich bitte, ja. Mama, Mama, Mama. 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 eine уст。 Scheiße, der wird nicht mehr rot. Der wird bedeckt. Hätte ich vorhin auch für diesen, wo die Wolken ein bisschen rot waren. Nein, ich habe den Mond aufgenommen, den Halbmond. Habe ich nicht mehr mal. Ich habe die Farbe nicht draufgekriegt. Ich habe die Farbe nicht so gut draufgekriegt, wegen der scheiß Abendmorgendämmerung. Ich habe bei den roten Wolken, die vorhin ein bisschen rot gewesen, weil ich leider die Farbe nicht so gut draufgekriegt. Ich habe die roten Farbe nicht draufgekriegt, ich habe die roten Farbe nicht draufgekriegt, von den Wolken, die vorhin ein bisschen rot waren. Weg der scheiß Morgendämmerung, weg der scheiß Dämmerung, da von dem Morgen, weg der scheiß Morgendämmerung, da. Weg den scheiß bunten Morgenhobits, und da, wegen den scheiß bunten Morgenhobits, und am Morgen, Mama. Weg den scheiß bunten Morgenhobits, und da, wegen den scheiß bunten Morgenhobits, und da. Weg den scheiß Morgenbundenhobits, und da, wegen den scheiß Morgenbundenhobits, und da. wenn die Scheißbunden hohe zund' am Morgen, dann konnte ich die Farbe nicht richtig draufkriegen Mama. ich wollte das so zusammen angucken mama ist wohl was das bisschen da hinten und links das was auf links und linke seite ist ganz links ist das was ganz links zu sehen ist das bisher das ist doch wohl was wert ob jetzt nur ein bisschen ist es was wert sich gar nichts machen nichts das zeit besser für zukunft ist in schneewolken unwetterwolken richtig um 9 geht's schnee also ja bis wir in acht schaffen wir das nicht mit morgen rot der mitte sieben mehr zu aber ich habe etwas aufgenommen etwas aber leider ein bisschen zu spät hätte von die roten wolken aufnehmen müssen hätte vor die roten schleierwolken aufnehmen sie wurden rot waren hätte vor die bisschen roten kleines bisschen roten schleierwolken aufnehmen müssen die kleines bisschen rot waren und vorhin wo es noch so dunkel war wo es dunkel war aber war hast du das bogen rot auch schon gesehen habe ein bisschen was wo es heute auch ein bisschen mehr dunkel war wo es heute noch ein bisschen mehr dunkel war mama mama wo es heute noch ein bisschen mehr tun über betrüster war da war auch ein bisschen morgenrot am mitte gewesen zu sehen gewesen was auch gesehen habt in den wolken da ist dann ist ein bisschen morgenrot da ist auch gesehen habt wo es bisschen dunkel war also bitte morgenrot mit komplettes richtig schönes feuer knallblut rotes tiefrotes richtig schönes feuer knallblut tief leuchten brennen rotes morgenrot das richtig komplett rot geworden wäre ich komplett leuchten brennen blut tief rot geworden wäre klappt es bei uns nichts klappt es bei uns nichts wird es bei uns nicht klappen weil von rechts zieht eine schneefront auf es gibt ja heute schnee gebildet und es ist auch frost draußen draußen ist es auch ein bisschen frost und es ist minus ein grad oder fünf grad draußen ich weiß es jetzt nicht genau oder zwei grad ja ich würde euch alle schön starten neue woche kommt gute neue woche an und ja es geht gleich schneefall bei uns welche sich auch dabei jetzt auch beenden und ist da sowieso nichts mehr aufzunehmen